Sechste Runde ist durch. Nasch- und Schwanzleckereien. Frohes neues Jahr zusammen. Ich hoffe, ihr seid gut ins Jahr 2020 hineingerutscht, hattet einen tollen Jahresstart und heute beginnen wir mit einem wirklich sehr interessanten Thema. Sehr interessante Grafiken mit sehr tollen Zahlen und Statistiken, die auch ein bisschen was mit meinem vergangenen Video zu tun haben, in dem ich meinen Charakter vorstellte, den aktuellen Stand zeigte und auch die einzelnen Seiten. Da sprach ich ja über die Familienregisterseiten, über die Herausforderungsseiten, die WDG-Aufträge und die Erfolge. Und um die Herausforderungsseiten, da geht es heute. Denn ich habe immer wieder Fragen bekommen. Ich brauche da ein bestimmtes Fragment. Aus welcher Kammer bekomme ich das? Oder ich möchte da ein bestimmtes Teil farmen. Wie mache ich das am besten? Und ja, das ist natürlich schwierig zu sagen. Man hat da so ein persönliches Empfinden und meins sah da immer so aus. Wir gucken uns gerade noch mal meine Herausforderungsseite an. Die erste Seite mit den Büchern, Bücher 1, 2 und 3, sind alle auf Gold, also soweit fertig. Und wenn mich jemand fragte, ich suche da ein bestimmtes Buch, aus welcher Kammer bekomme ich das, habe ich immer die Ruinenkammern empfohlen, weil ich das Gefühl hatte, dass man dort die Bücher am besten irgendwie farmen kann. Dann die Scherzartikel. Ihr seht das Scherzartikel 1, 2 und 3, alle auf Silbern. Und wenn ich da gefragt wurde, ich brauche da ein ganz bestimmtes Fragment. Aus welcher Kammer bekomme ich das? Da habe ich immer die Turmkammern empfohlen, weil es mein subjektives Empfinden war, dass man da eben am besten die Scherzartikel herbekommen kann. Doch natürlich stimmt das nicht. Man kann das nicht ganz so pauschal und einfach sagen. Und deswegen gibt es dazu natürlich auch Statistiken. Zahlen wurden gesammelt. Und kurz vor Neujahr wurde ich auf ein paar Grafiken bei Instagram hingewiesen. Und die schauen wir uns jetzt erstmal zusammen an. Die Grafiken, Zahlen, Statistiken, Excel-Tabellen, alles wie immer unten verlinkt. Also wenn ihr euch das nochmal genauer anschauen möchtet, dann tut das gerne. Diese Grafiken hier, die stammen von Kemschi und Luns Valentine, deren Namen ich sicherlich falsch ausgesprochen habe. Und diese betreiben den Harry Potter Wizards Unite Kanal für Chile. Haben da einen sehr interessanten Instagram-Kanal aufgebaut mit tollen Grafiken. Zeigen da genau, was ist in den Events los, wo bekommt man welche Fragmente. Und ja, ganz viele tolle Sachen solltet ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Und die beiden haben eben diese Grafik hier erstellt. Und ihr seht es schon, ganz links beginnt es mit Bücher 1. Alles auf Englisch, deswegen findet ihr das von mir jetzt nochmal übersetzt ins Deutsche, weil es dann doch ein wenig einfacher ist. Ich wollte euch nur gerade mal die Grafiken zeigen. Wir gehen die hier einmal durch. Hier findet ihr eben die Bücher, dann hier die Scherzartikel, dann hier die magischen Geräte, gefolgt von den Symbolen aus der Welt der Zauberei. Und zuletzt natürlich noch die Zauberstäbe von Dumbledores Armee. Und wir switchen jetzt mal in meine Excel-Tabelle, weil ich da eben alles nochmal auf Deutsch dann übersetzt habe. Und ganz oben fangen wir an. Bücher 1, Geschichte von Hogwarts. Das ist das allererste Buch, das wir in unserem Herausforderungsregister finden. Und dieses bekommen wir mit der höchsten Wahrscheinlichkeit in der Ruinenkammer 1, und zwar mit einer Wahrscheinlichkeit von 10%. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie kann man das so genau sagen? Und die Antwort ist wie immer sehr einfach. Man spielt ganz viel, sammelt ganz viele Daten, erstellt Statistiken und kann dann eben diese Auswertungen machen. Also wenn ganz viele Leute ganz viele Kammern spielen, ganz viele Herausforderungen machen, dann findet man eben viele, viele Zahlen. Und am Ende kann man sagen, in dieser separaten Kammer findet man dieses eine Fragment eben am häufigsten. Und dann eben auch mit dieser oder jener Wahrscheinlichkeit. Und das zweite Buch hier, Magische Wasserpflanzen des Mittelmeers und ihre Wirkung, bekommt man auch am wahrscheinlichsten in der Ruinenkammer 1 mit einer Wahrscheinlichkeit von 10%. Und wir switchen jetzt mal zu Bücher 2. Grundlagen der Verteidigung gegen die dunklen Künste findet man am häufigsten in der Ruinenkammer 2. Also nicht in der 1er, sondern in der 2er und dort mit einer Wahrscheinlichkeit von 12%. Und wir gehen die Excel-Tabelle jetzt mal so ein bisschen hinab. Ihr seht, im zweiten Block findet man die Bücher am häufigsten in der Ruinenkammer 2 und 1. Und auf der dritten Seite wechselt das dann in 2 und 3. Und da sieht man schon mein persönliches Empfinden, dass man Bücher am wahrscheinlichsten in der Ruinenkammer findet. Das passt schon, das stimmt schon so weit überein. Aber eben nicht in allen, denn in der Ruinenkammer 4 und 5, da findet man die Bücher nicht so häufig. Denn in der Ruinenkammer 4 bekommt man zum Beispiel von Scherzartikeln 1 die Ausziehohren sehr häufig und die Nase beißende Teetasse jeweils mit 14 und 10%. Und die Ruinenkammer 5, die taucht bei Scherzartikel 2 das erste Mal auf, bei Du scheißt nie mehr mit einer Wahrscheinlichkeit von 18%. Und das geht dann so weiter. Wir fangen dann bei Scherzartikel 2 und 3 die Turmkammern an, bei Magische Geräte 1 die Waldkammern. Und dann begeben wir uns so langsam in die Dunkle Kammer. Diese taucht das erste Mal hier bei Magische Geräte 1 Moody's Spikoskop auf, Dunkle Kammer 1, Wahrscheinlichkeit 24%. Und dann geht es hier weiter in die weiteren dunklen Kammern. Und ja, natürlich die Zauberstäbe von Dumbledores Armee, die Fragmente, die man gefühlt nie sieht, nie bekommt, die erhält man natürlich in den dunklen Kammern. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht auch, welches Fragment ist denn da am schwierigsten zu bekommen? Und wenn man sich das mal anschaut hier, Dunkle Kammer 5 mit einer Wahrscheinlichkeit von 15% ist es Luna Love Goods Zauberstab von der Seite Zauberstäbe von Dumbledores Armee 2. Also eine tolle, tolle Statistik, eine tolle, tolle Grafik von mir dann ein bisschen umgemünzt in diese Excel-Tabelle. Solltet ihr auf jeden Fall nutzen, wenn ihr eben ganz spezifisch Fragmente aus eurem Herausforderungsregister farmen möchtet. Und ich möchte das wie immer natürlich testen, möchte schauen, stimmen die Zahlen denn soweit auch für mich? Bei mir kann ich das irgendwie verifizieren und belegen. Und deswegen schauen wir mal in mein Herausforderungsregister. Was brauche ich denn da? Ihr habt es eben schon gesehen, die Bücher sind auf Gold. Aber ich möchte hier mit den Scherzartikeln weitermachen. Und bei Scherzartikel 1 fehlen mir unter anderem noch explodierende Zauberknaller. Da habe ich 74 von 144. Jetzt schaue ich mal in die Liste. Explodierende Zauberknaller. Wo sind sie denn? Dunkle Kammer 2, 17%. Und das würde ich sagen, testen wir, oder? Wir gehen jetzt rüber zu einer Festung und dann spiele ich ein paar Mal die Dunkle Kammer 2, gucke, wie oft bekomme ich die explodierenden Zauberknaller und stimmt das so ungefähr mit den 17%. Klar, man kann nicht sagen, beispielsweise, man erhält irgendwas zu 20%, also spielt man fünfmal und hat dann eins. So funktioniert das nicht, das weiß ich, das wisst ihr. Aber so grob kann man ja schauen, könnte das stimmen, sind die Zahlen richtig? Und genau das möchte ich machen. So schnell geht das in Videos. Einmal umgedreht, ein paar Schritte gegangen und schon ist man an einem komplett anderen Ort. Einfach fantastisch, oder? So, wir sind an der Festung. Und vorab nochmal, weil ich gerade darüber nachgedacht habe, Runensteine, das wird sicherlich eine Frage sein, die in dem Zusammenhang hier mit dem Video kommen wird. Runensteine beeinflussen, welches Fragment welcher Registerfamilie man bekommt. Und mit dem Level des Runensteines kann man da auch ein bisschen an der Wahrscheinlichkeit schrauben. Also je höher der Runenstein, desto wahrscheinlicher, dass man dieses Familienregisterstück bekommt. Aber eben nur das Stück der Registerfamilie. Das hat nichts mit dem Herausforderungsregister zu tun. Da ist es ganz egal, welchen Runenstein man verwendet, welches Level dieser hat. Das ist davon vollkommen unabhängig und deswegen eben auch für dieses Experiment egal. Und wir starten, wie gesagt, in der Turmkammer 2. Denn wir wollen schauen, wie viel Zauberknaller können wir hier bekommen. Und wie ich eben sagte, der Runenstein ist egal und das Level ist auch egal. Deswegen nehme ich einen Stufe 2 Runenstein Pflege magischer Geschöpfe. Und da der Button zum Starten ja immer noch nicht wieder im Spiel ist, warte ich ein wenig, dass es endlich losgeht. So, die erste Turmkammer ist durch. Zauberstinkbomben haben wir bekommen, aber keine Zauberknaller. So, zweite Runde. Ja, explodierender Zauberknaller das erste Mal bekommen. Perfekt. So, dritte Runde. Nasch- und Schwänzleckereien bekommen, aber keine Zauberknaller. So, vierte Runde ist durch. Mal schauen. Ne, Heiligtümer des Todes. Keine Zauberknaller. So, fünfte Runde ist durch. Nasch- und Schwänzleckereien. Sechste Reihe ist durch. Nasch- und Schwänzleckereien, aber keine Zauberknaller. Siebter Durchgang. Riffindor-Wappen. Und wieder keine Zauberknaller. Achte Runde. Zauberknaller. Perfekt. Neunte Runde. Und wir bekommen das dunkle Mal. Und die zehnte Kammer gespielt. Und wir erhalten Nasch- und Schwänzleckereien. Alles klar. Also, das waren zehn Runden. Und weil man damit gerade so einfach rechnen kann, belassen wir es jetzt auch mal dabei. Denn in diesen zehn Runden haben wir zweimal explodierende Zauberknaller bekommen. Und ein bisschen gerechnet, kommt man schnell darauf, dass das eine Droprate von 20% sind. Laut Statistik hätten wir 17% und mit den 20% liegen wir da schon echt nah dran. Natürlich passt das nicht zu 100%, aber man kann sagen, ja, das könnte richtig sein, das sollte stimmen. Hätten wir jetzt beispielsweise 5 bekommen und liegen bei 50% oder gar keines und liegen bei 0%, hätte man vielleicht mal drüber nachdenken müssen. Aber so kann man sagen, ja, die Zahlen scheinen zu stimmen. Die Zahlen in der Grafik und eben auch in meiner Excel-Tabelle, die scheinen richtig zu sein. Und daran können wir uns wohl orientieren. Aber wie immer interessiert mich natürlich auch eure Erfahrung und eure Meinung. Habt ihr sowas schon mal festgehalten, ausgerechnet, geguckt? Wo bekommt ihr welches Herausforderungsregisterfragment am häufigsten, am besten? Wo könnt ihr das farmen? Gerade bei den höheren, bei den schwierigeren Sachen. Dunkle Kammer, Zauberstäbe und so weiter. Wenn ja, dann haltet das gerne unten in den Kommentaren fest. Schaut gerne unten in die Videobeschreibung. Wie gesagt, da ist alles verlinkt, die Grafiken, meine Excel-Tabelle. Und dann testet gerne ein bisschen rum, probiert aus und haltet dann auch gerne in den Kommentaren fest, ob das eurer Meinung nach passt. Und wir sehen uns dann morgen wieder bei der großen Auslosung des Adventskalenders und der Geschenke von Elbenwald. Ich sag wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Tschö und gerne bis zum nächsten Mal. Tschö und gerne bis zum nächsten Mal.